Ich spiele hier zum ersten Mal in Las Vegas ein Glücksspiel und anscheinend scheint das schon mit dem Einführen des Dollarscheins zu beginnen, das Glücksspiel. Funktioniert einfach nicht. Ich versuche schon seit schlagenden 5 Minuten den 1 Dollarschein da reinzustecken in diese Maschine, aber es bleibt einfach nicht. Nicht viel Glück heute. Hast du mehr Glück? Nein, ich hatte nicht mal zufällig irgendeinen Credit. Du hast ja wenigstens irgendwie voll ein Parcrate. Weißt du, wie das Spiel funktioniert? Dann drückst du drauf und dann ist Geld weg. Mach das mal vor. Ich habe jetzt drauf gedrückt und jetzt ist wieder ein Cent weg. Okay, du drückst dann auf. Dann macht es hier wubbeli wubbeli wu und dann ist ein Cent weg. Das ist ja einfach. Aber so weit bin ich gar nicht gekommen, denn ich versuche ja immer noch diesen 1 Dollarschein da reinzustecken. Also, da rein. Jetzt geh doch da rein, du Ding. Und dann kommt einfach wieder raus. Ich verstehe das Prinzip nicht. Aber ein Vorteil ist, ich habe hier kostenlos was zu drücken bekommen. Auch wenn er mit den 1 Dollar scheinlich annehmen möchte. Dabei habe ich bisher bloß 1 Dollar verspielt. Vorhin mal drüben in der anderen Maschine. Und dann mal meine Kette. Jetzt war es zu diesem Ding, ein Saki. Los geht's! Raus! Was du glaubst? Ich geh nochmal los, hol neues Geld!